Und damit heiße ich euch willkommen zurück zur heutigen Folge von Let's Play Mass Effect. Jetzt mache ich die übrigen Folgen, die drei, die bisher hochgeladen sind, sind ja gar nicht die für gestern. Das heißt, jetzt kommt noch eine Folge Mass Effect, eine Folge Battle for West Nord, eine Folge der Hedringer Online und Lex Fazit. Ja, die Mass Effect Folge jetzt wird nur 19 Minuten, sehr kurz. Wir haben aber letztes Mal das Exogenik-Hauptquartier betreten, wir haben für Garus eine Get-Waffe gefunden, Rex hat wieder die Gesundheitsregeneration in der Rüstung und wir haben von dem Thorian-Apran einer Pflanze, die die Fähigkeit besitzt, Gedanken zu kontrollieren und Menschen zu versklaven. Exogenik wusste das und hat Zeus Hope als, naja, Kontrollgruppe, wie sie es bezeichnet haben, benutzt, als zum Testpersonen. Und ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt einen Troganischen Commander gesüttet. Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elisabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte nur kurz gucken, ob es hier noch was Neues gibt. Nein, haben wir schon alles okay. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Ich wollte nur gucken. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Wir kamen von hier, ne, von der Treppe. Genau. Ach, wir haben gerade Elisabeth nochmal gehört. Wir kamen von unten. Wir könnten nach oben gehen. Ach nein, können wir nicht. Okay, dann Klappen ziehen. Und dann geht's hier weiter. So viele Geht hatten wir beim letzten Part gar nicht, wie mir jetzt im Nachhinein auch gefallen ist. Geht's da irgendwo hin? Ne, ist nur ein Feuer. Aber hier geht eine Treppe hoch. Wo sind wir denn gerade? Aber wir kommen zum Müll... Wir gehen gerade von der Müllgrube in die obere Ebene. Okay. Tote Punkte, natürlich. Krogana oder Geht's? Geht's. Ja, die hatten wieder die Tarn umdrin. Die hatten der Kampflopper am letzten Part am Ende auf. Und leider sind wir überlastet. Tja, das ist mir nicht Geht. Schon scheiße. Ich treffe dich problemlos. Wir wissen, dass wir jetzt das Schiff zerstören müssen. Wir müssen da benutzen die Geht diese Klauen, um ihr Schiff an der Gebäudeseite zu verankern. Die Geht gehen bei ihren Landungen nicht gerade raffiniert vor. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Wir müssen ihm einen Stoß verpassen. Prüfen wir die anderen Greifer. Diese vergammten Dinger können doch nicht alle perfekt sein. Also wir müssen irgendeinen Greifer zerstören, damit das Schiff runterfällt, damit wir den Strom deaktivieren können, weil der Strom vom Schiff kommt. Und das wussten wir schon. Ich frage mich halt diese Greifer mal her. Ich frage mich halt, wie wir das machen. Wir liegen auch tot rum. Und hier ist eine Glühmessphäre. Vielleicht betrachten können. Ich schaue mich hier nur kurz um. Wir könnten sonst wohin gehen. Hier ist eine Kiste, die wir gleich öffnen. Wir könnten sonst da landen. Ja, die hier. Das sind getarnte Geht. Das wissen wir schon. Das hatten wir beim letzten Mal. Ich werde jetzt mal die Kiste hier überbrücken. Diesmal auch erfolgreich. Ein neuer Sturmgewehr. Das Prozessionsgewehr können wir reduzieren. Und eine neue Exopanzerung. Gucken wir gleich mal in Garus, mein Freund. Na, er behält erstmal die Gehtwaffe. Und die Exopanzerung war welches nochmal? Das, was davor Rex hat. Aber ich behalte jetzt. Hier haben wir bei beiden drei Effekte. Obwohl wir könnten Garus drei Effekte geben. Das Problem bei Garus war halt, er ging beim letzten Mal zweimal in die Knie. Ja, ich gebe mal die Exopanzerung. Und bei meiner hat er den Puffer drin. Jetzt hat er keine Heilung. Und dann betrachten wir mal die Sphäre. Dieser Ort wirkt fast friedlich. Glauben Sie, die Geht haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich bin die Vier, um ihre Bräuche zu lernen. Ja, Rex, da sagst du was. Ich habe keine Ahnung, wofür sie das genutzt haben. Kommt noch was? Dieser Ort wirkt fast friedlich. Kommt nicht. Glauben Sie, die Geht haben diesen Raum als eine Art Tempel genutzt? Ist dir auch egal. Ich bin die Vier, um ihre Bräuche zu lernen. Ich dachte, da kämen wir noch was. Ja, trotzdem zusammen mit der Sphäre. Okay, wir gehen jetzt hier weiter. Hier pritzelt es. Ganz fein. Wir müssen auch immer noch die Daten suchen für den, die einen Nebenquests. Halt, ein bisschen nach oben. Nein. Und mit der Elisabeth würde ich dann gerne nochmal bei den Torianos sprechen. Wir sind hier ja hinter der blauen Schild. Killt doch mal hier die Geht. Okay, einer lebt aber noch. Wir sind hier hinter dem Schild. Wir machen aber letztes Mal da hinten vor. Okay, gut zu wissen. Gibt es hier keinen Schalter, mit dem man das direkt geben kann? Nein. Aber wir hatten wieder was im Inventar, habe ich gesehen. Ach, Tagebrauch. Noch ein Impulsgewehr und Energieplatten. Glarus, wie schaut es aus? Stärker ist ein Impulsgewehr? Nein. Da ist das andere stärker. Was machen die Energieplatten? Nur Schadensschutz. Das ist zu wenig. Okay, Tagebuch. Ja, das wussten wir schon. Die Klauen des Gehtschirps sind zu groß, um sie mit konventionellen Buffen ausschalten zu können. Finden sie die Primärklaue des Gehtschirps und versuchen sie, sie zu zerstören. Die Rex hat gesagt, wir sollen denen einen Stoß geben. Wahrscheinlich kinetisch. Äh, biotisch. Jetzt geht es hier weiter. Ich meine, wir sehen hier ein X. Das X könnte natürlich die Hauptklaue sein. Ich gucke jetzt auch noch mal auf die Zeit. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gucke jetzt öfters auf die Zeit, weil ich würde es halt gerne einhalten. 19 Minuten sind halt nicht lang. Natürlich wieder rote Punkte. Na? Hier sind Kroganer. Das habe ich schon fast erwartet, ehrlich gesagt. Du kommst schon wieder viel zu nahe, Börschchen. Verzieh dich von mir. Wenige Elf. Der eine Kroganer hat uns schon wie ein halbes Leben geraubt gehabt. So, da ist ein zweiter gestorben. Da lebt aber noch einer. Halte doch mal die Kroganer von mir weg. Danke. Das war das Impulsgewerbe übrigens, glaube ich. Die Kroganer im Ansturm sind hier sehr gefährlich. Der hat uns gerade wieder fast erledigt. Wir sind nämlich beim letzten Mal einmal gestorben. Gegen den Kroganen schon Commander. Ich würde mir bei dem Part gerne einen toter Spahn. Hier ist aber keine Klaue. Serverknoten. Gäbenhaus und Konsole. Ach, hier können wir die Nebenquests abschließen. Das kann uns doch schon mal weiterhelfen. Erstmal der Spind. Eine neue Pistole und eine neue Schussflinte. Und ein neues Sturmgewehr. Können wir also nochmal checken alles hier. Die wären nur in Schüsse bis zum Zillament besser. Also nein. Schussflinte. Rex. Nee. Und bei uns die Pistole. Nein. Okay. Ja, nehmen wir gleich mal die Konsole als erstes, würde ich sagen. Wo war denn die jetzt? Hier. Gäbenhaus Konsole. Daten herunterladen. Nach ein paar Minuten Download habe sie Gäbenhaus des Design-Daten. Ja, er hat gesagt, das ist für Mods. Tagebuch. Ferros Datenrettung. Ein Techniker namens Gäbenhausel hat sie gebeten, einige Daten von seinem Computer im Exchange-Applikation zu pergen. Wenn sie die Daten haben, sollten sie sie gerne zurückkennen und ihren Belohnung erhalten. Kernsystem zurückkennen und für den Füchtlingslager und kriegen sie in die OSD mit seinen Daten. Ich weiß nicht, wie sehr der mit den Exchange zu tun hatte, müssen wir nochmal fragen. Und hier ein Serverknoten. Ein Kodex-Eintrag. Sekundär-Offensichtliche Technologie. Kommunikation. Motologie. Die stetig wachsende galaktische Bevölkerung und die Kolonisierung neuer Welten erforderte eine Überarbeitung der Kommunikationstechnologien, von der insbesondere die Bewohner ferner Welten kompikieren sollten. Um für mehr Bandbreite und effizientere Kommunikation zu sorgen, wurde ein Netzwerk von Datenspeichern und VI-Suchprogrammen entwickelt. Also virtuelle Intelligenz. Alle Eingaben an das Netzwerk werden zunächst an den nächsten Datenspeicher der Kolonie oder des Sternensystems übermittelt. Das VI-Suchprogramm durchforstet dann den riesigen Datenberg dieses Speichers auf der Suche nach den gewünschten Informationen. Wenn die Informationen nicht lokal verfügbar sind, wird die Anfrage zunächst an die Nachbarsysteme und dann an das Erweiter der Netzwerk geschickt. Die VI-Suchprogramme in diesen Systemen übernehmen dann Anfrage. Wenn die gesuchte Information gefunden wurde, wird sie in einer Expressdatei komponiert und für die Rücksendung vorbereitet. Jeder Expressdatei erhält eine Prioritätennummer auf Grundlage der Anfragen nach den erhaltenen Informationen. Je mehr Anfragen, desto höher die Prioritätennummer. Wenn ein neues Solarsystem an das Netzwerk angeschlossen wird, werden die am häufigsten angetragten Daten lokal zusammengefasst. Die Hardware der Speichersysteme ist zwar vergleichsweise günstig, aber dennoch ist es faktisch nicht praktikabel. Alle täglichen Daten von Milliarden Bewohnern hunderter Welten zu aktivieren. Es werden keine Daten über Trivalitäten aufbewahrt, nur damit sie jederzeit zur Verfügung stehen. Wenn im Laufe der Zeit mehr und mehr erfolgreiche Suchanfragen innerhalb einer sich entwickelten Kolonie anfallen, werden die Ergebnisse gefiltert und in lokalen Archiven angelegt. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse auf sehr spezifische Suchanfragen bereits vorhanden sind und schnell übermittelt werden können. Also das Google der Zukunft quasi natürlich ein bisschen komplizierter wegen den ganzen Themen, aber an sich macht das alles durchaus Sinn, finde ich. Okay, wir haben noch acht Minuten, wo geht's denn jetzt weiter? Standort Shuttlebucht-Tor, wir sind jetzt auf der oberen Ebene. Ach nein, wir sind hier, hier ist die Hauptebene. Aber wir kommen dann wahrscheinlich da raus. Im Grunde kann das nicht mehr so weit sein. Das sehen wir auch hier an der Karte. An dem X. Jetzt gehen wir da wieder lang, genau. Jetzt sind wir bestimmt in dem anderen Bereich, wo der... Ah, jetzt sind wir hier. Hm. Hier gibt's ja nur... So viele hier gibt's ja nicht. Hier war ja nichts. Es sei denn, man könnte hier hoch. Kann man aber nicht. Ich guck nochmal oben kurz. Weil irgendwie verwirrt mich das gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass oben nur das für die Nebenkläste ist, hätte ich gesagt. Weil da waren ja auch Fuganer davor. Das war jetzt immerhin ein Stück. Wollen wir wirklich nirgendwo hin? Ist das das, was ihr mir sagen wollt? Nee. Das hier ist tatsächlich nichts. Da war jetzt nur das für Gabe and Hustle. Ja gut. Dann müssen wir runter. Müssen dann gleich nochmal schauen, wo wir hin müssen. Ich mein, wir waren ja jetzt schon hinter dem Schild. Die Klaue kann ja nicht so weit weg sein. Oder war das die Klaue doch von vorher? Hier sind wir hinter dem Schild. Ich muss ja in der Nähe sein. Weil da leuchtet es auch übrigens. Ich glaube, es ist die Klaue von vorne. Das war die einzige Klaue, die wir gesehen haben. War die jetzt oben oder unten? Ich glaube oben. Ja, ich bin gerade ein bisschen unter Zeitdruck leider. Okay, hier waren wir anscheinend nicht. Hier ist eine gesicherte Kiste. Schön, dass wir das gefunden haben. Hier waren wir scheinbar nicht. Nein, ich wollte in die andere Richtung. Aber wir haben es geschafft. Eine noch, zwei neue Schriften. Rex, mein Freund. Eine jetzt hier Präzision und Schlüsselbesitzung wird besser. Die nimmst du doch. Okay, da wir hier nicht waren, gucke ich mich jetzt hier ein bisschen um. Aha, hier sind geht's. Ihr lernt auch nicht dazu, wa? Ich sehe die schon, Scharfschütze. So. Da ist aber immer noch ein roter Punkt vorne. Exogeny Terminal haben wir hier wieder. Ja, das sieht hier wie ein Hangar aus, von meinen Augen. Schauen wir mal, was wir machen können. Beim Dechiffrieren, wenn wir es diesmal schaffen, heißt das. Nein. Ach, ja, ich hab's noch gesehen. Ja, okay, das müssen wir bei MediG wieder machen. Geheime Informationen. Die Testproben hätten vor drei Tagen eintreffen sollen. Aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen jeglichen Kontakt mit der Nodakrux-Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen. Ach, Exogeny, hat es euch nicht gereicht, einen einzigen Planeten für eure Testen zu benutzen? Ihr seid ja toll. Das ist eine bestimmte Quest. Einrichtung untersuchen. Auf Teros haben sie eine geheime Übertragung gefunden. Die Situation ist unklar, aber es scheint, dass Exogeny eine Art Probe zu einer Forschungseinrichtung auf Nodakrux geschickt hat. Ja, wir haben am letzten Pfad von einem Paket was gehört, in den Funk, bevor der abgestellt wurde. Nodakrux befindet sich im Vostok-System des Maron-Z-Clusters, also wird dann neu sein. Begeben sie sich dorthin und finden sie heraus, was dort geschehen ist. Nja, das ist ja ganz toll. Ich fand ja Exogeny schon letztes Mal nicht so wahnsinnig toll. Und dass die anscheinend jetzt mehrere Planeten mit ihren bescheuerten Tests übernommen haben, finde ich auch nicht super. Wir können hier leider gerade nicht speichern. Wir müssen in drei Minuten aufhören, ja, weil ich rote Punkte sehe wahrscheinlich, das ist oben. Der Greifer ist genauso wie der Letzte. Wir müssen weiter. Der ist also auch zu fest wahrscheinlich. Speichert Inhalte. Der Musikwechsel war ja gerade wunderschön. Da ist, glaube ich, gar ein Gate gekommen. Ach, ihr seid wieder Jumpies. Gate-Geist. Ach, ist das nicht toll? Ich hasse diese Jumpies. Immer noch. Da ist, glaube ich, einer gekillt worden gerade. Der, wir müssen nach unten. Hier oben haben wir kaum. Weiß ich. Einmal Medigail. Der hat uns gerade halb getötet. Nein, nein, nein. Ich steppe jetzt hier nicht. Kannst du knicken. Mein... Leute, lasst mich durch. Ich muss mich kurz verziehen. Ja, wahrscheinlich werden wir nicht in die Hoppe gehen. Nur Medigail. Ihr trefft von hier nichts, Jungs. Ziemlich harte Gate-Bewachung hier. Ich bin schon wieder schwärm und zielen. Level up. Aber wir haben schon wieder keine Schilde mehr. Wo es ja jetzt ziemlich aggressiv hier geht. Ist das für ein Grund? So, du bist auch tot. Ich glaube, das war der letzte... Sieht irgendwie aus wie eine Quarantänestation. Kein Arsenal von Waffen. Aber wenn wir nur einen Greifer abreißen, ist das Schiff weg. Ja, wir können hier eine Türsteuerung aktivieren. Aber erstmal gucke ich mich hier um. Gesicherte Kiste. Der Kampf hier war jetzt ziemlich heftig. Oder müssen wir jetzt aufhören? Ja, wir müssen jetzt aufhören. Beim nächsten Mal sehe ich mich hier um. Aber ich gehe jetzt hier vor die gesicherte Kiste. Und dann speicher ich. Wir werden beim nächsten Mal auch hier schauen wegen Ausrüstung und Squad. Weil ich werde sie nicht überziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt natürlich nicht viel. Aber immerhin, wir haben eine Nebenquest abgeschlossen. Wir haben eine andere Nebenquest bekommen. Gate und Krogana getötet. Und ein neues Level up. Wir werden jetzt fast gestorben. Das war ziemlich knapp. Weil wir uns erst Garus und Rex nicht durchgelassen haben. Aber gut. Ich glaube, wir sind gleich dabei, das Schiff zu demontieren. Den Greifer zu entfernen, damit es dann zerstört wird. Und dann können wir auch wieder Joker-Control kontaktieren. Weil davor blockiert es unser Signal. Wir sehen uns bei den späteren Folgen wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl. Bis dahin, wrong Oder ching. Losi-Sag, mal oder schwanger? T grade carina. 行 Martin Pond. Sie dürfen nur in der fisherٌ Auto known. inная Mile. Ich hab mich viel��.